Musik Schön, dass wir bei dir sein können. Ja, ich freue mich. Herzlich willkommen. Wie wichtig ist es dir, welche Menschen du um dich hast oder wie viele oder was du erlebst? Also die Menschen sind grundlegend wichtig, weil es ja immer darauf ankommt, mit wem man Dinge erlebt. Und die Menschen um einen, die machen diese Momente ja auch erst wertvoll. Ich als alter Hamburger war noch nie hier. Stefan, du hast gesagt, das ist für dich ein Ort zum Entspannen, die Burberger Dünen. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingsplätze, ja. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.